Hey, hey, you, you, I don't like your girlfriends I think you need a new one Hey, hey, you, you, I could be your girlfriend Ich hab dich strefest nü低mal, na der Ich hab dich schon freigelassen Ich hab dich schon freigelassen, na der Aber jetzt treff ich mich mit dir Ja, ich bin dein Vater Hey, ist der Vater Rede mit mir Ich hab sie freigelassen, weiß nicht wo sie hingehörst. Erst bin ich da. Jetzt hör mir mal zu, ok? Wenn du jetzt auflegst, dann bist du erst recht tot. Hör mir jetzt zu und rede mit mir, ok? Hm. Ok. Ich hör, hast du Angst oder was? Nein. Nein? Ok, dann treffen uns. Treffen uns, komm. Erst, ich bin in Salzburg. Ein scheiß bisschen Salzburg, ja, du und so. Ich bin in Salzburg. Ich hör, du mein Kind, bist du nicht so behindert? Ich lieg nicht behindert. Na, du bist behindert. Nein. Ja, sicher. Schau dich einmal an. Du kennst mich nicht so mal. Ich hab ein Foto gesehen. Aha, und du schau dich aus? Na, schau dich weiter. Diese Angie hat ein Foto von dir in Geldbörse gehabt. Hä? Diese Angie, oder wie sie heißt, diese Hure. Sie hat von dir in Geldbörse so ein Foto gehabt, ja. Ich hör dich einmal von mir ein Foto. Ja, wenn man sie hat? Schau dich nicht. Erst ohne Kind, ich hab gesehen. Ja, okay, wie schau dich aus? Na, du bist so, bisschen klein, nicht so groß. Aber, ich schwör, du bist Österreicher. Ich hasse Österreicher, verstehst du? Ich bin kein, erst, ich bin kein richtig Österreicher. Bist du erst? Halb Jugo, halb Ungar. Bist du? Grüße Gott und Furcht zu. Bist du? Letztes Mal mit ihrem Programm Mörderisch am 20... Hallo? Hallo? ...beginn 20 Uhr. Er muss... ...und die Öl 3 auf dem Erd-Tour. ...Stubenbergsee und am 22. Juni beim Ging... ...Gürt-Tour-Tour-Tour-Events auf. Einen Klick. ...Sieker, der ist einfach nicht auf die Nummer. ...einen Wunder. Da ist jetzt mehr. Da ist jetzt... ...en Magiesge-Ganz. Hallo? Einer Gewinne. Ja, da ist jetzt. Noch mehr Gewinne. Noch mehr Gewinne. Ich habe noch mehr Gewinne. Noch mehr Gewinne. Hier. Lotterie. ... ... ... ... ... ... Oh, das wird... ...Niederösternich, Oberösterreich... ...Magazin mit den besten Lifestyle TV und Kulturprogrammen. Jeden Freitag für alle heute Leser gratis oder um 30 Cent in allen Grafiken im Wien... ÄH! Johunsohn. Boah! Was? Großgenissgeburt. Was? Doch scharfen. Was? Ist doch scharfen, gell? Ja. Schwör! Ja. Du bist privat. Erst. Was? Schiff. Erst. Was hab ich dir gesagt? Wuscht dir etwas lassen. Lass mich in Ruhe. Wunsch du scharfen. Lass mich. Schiff. Boah. Boah. Es gibt doch keine Mutter zu holen. Boah. Boah. Wirklich. Ich spät spät. Boah. Was ist? Ganz aktuelles hingehen. Was? Und aus dem Wecker. Oh. Boah. Es geht nicht so schlecht. Boah. Mir ist auch gut vermisst. Ich bin verkehrt gefackert auf der Autobahn. Tschüss. Boah. 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 Hey, hey, you, you, I could be your girlfriend Hey, hey, you, you, I know that you love me